hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier aus dem schwarzwald ich bin heute morgen hier in der nähe von der wildline hängeseilbrücke und hinter mir ist dann auch der baumwelt für fahrt und eine aussichtsplattform und ein sehr sehr schönes areal wo du vor allen dingen mit familie mit kind mit hund herkommen kannst wo du viel spaß haben kannst du gibt es einen riesigen spielplatz hier hinten gibt es ein großes areal wo man eine ganze menge machen kann und natürlich auch zum wandern und zu fotografieren eben aufgrund des waldes der natur ideal geeignet warum bin ich heute morgen hier ich hatte morgen den plan gehabt als hauptmotiv die wildline hängeseilbrücke zu fotografieren bei nebel bei ein bisschen diesiger stimmung so ein bisschen wenigstens auch wenn die chancen quasi total gering dafür waren geklappt hat sei denn nicht möchte ich aber mitgeben wie du die hängeseilbrücke wenn du eine vor dir hast oder im urlaub mal siehst wie du das ganze gut fotografieren kannst und ich hoffe das ganze wird für dich jetzt unterhaltsam fangen wir an mit dem thema wie mit also womit fotografierst du das ganze was brauchst du dafür natürlich brauchst du eine kamera du kannst auch dein smartphone nehmen du kannst eine kompaktkamera nehmen allerdings ist entscheidender welche brennweite du benutzt weil du das ganze möglichst gut in szene setzen möchtest und das ist gar nicht so einfach im vorfeld habe ich mir auch lange gedanken gemacht wie kann man denn eine hängeseilbrücke gut in szene setzen also punkt nummer eins du würdest wahrscheinlich sagen entnehmen ein weitwinkel objektiv und ein teleobjektiv mit ja das ist gar nicht so verkehrt allerdings ist es so dass du aufpassen musst dass du im bild immer noch möglichst viel von der brücke siehst aber auch nicht zu viel und das ist natürlich schon die schwierigkeit also klar mit dem weitwinkel objektiv bekommst du alles drauf aber mit einem teleobjektiv objektiv wirst du vor allen dingen besonderheiten herausstellen können hast aber nicht alles im bild drin also der erste tipp von mir an dich wäre zu überlegen welches objektiv hast du zu hause hast du etwas weitwinkeliges dabei und hast du etwas teeliges dabei also 70 bis 200 beispielsweise dabei oder ein 16 bis 35 objektiv beide sind natürlich gut geeignet auch alles was dazwischen liegt nur für meinen geschmack sind weitwinkel objektive vor allen dingen geeignet um zu zeigen wie sieht die brücke in der gänze aus was gibt es noch ringsherum an natur zum beispiel und beim teleobjektiv kannst du eben wunderbar herausstellen wenn eine person auf der brücke steht zum sonnenaufgang schaut und in die nebel schaut in die nebel läuft das kann man wunderbar herausstellen so ein bisschen mehr auf details geachtet also diese zwei varianten werden auf jeden fall geeignet im zweifel wenn du nur ein 50 millimeter objektiv hast ja dann hast du nur das damit wäre dann eher in richtung details zu gehen also mehr eine person zu zeigen oder verschiedene sachen zu zeigen die von der brücke sind aber die gesamte brücke wirst du dann wahrscheinlich nicht drauf bekommen jetzt wird sofort die frage kommen ja mit dem 24 105 kann ich doch alles machen oder bei dem nikon 24 120 ja natürlich kannst du damit alles machen alles im sinne von du wirst vor allen dingen im telebereich schon 105 millimeter oder 120 millimeter genug brennweite haben um alles als detail auch ein bisschen aufnehmen zu können 24 millimeter ist ein bisschen zu viel also noch noch zu telek wenn du so möchtest weil du doch eher auf 20 millimeter heruntergehen runtergehen muss um wirklich mehr ins bild rein zu bekommen und wirklich zu zeigen wie sie der bogen von der hängeseitbrücke aus wie sehen die pfeile aus und wenn du das mit drauf bekommen möchtest wirst du in der regel etwas mehr weitwinkel benötigen also mehr oder mehr weitwinkel als 24 millimeter dass es mit gesagt habe es geht natürlich auch mit dem smartphone wenn du jetzt nur ein teleobjektiv hast beides ist natürlich in diesem fall geeignet du kannst aber auch draußen nicht nur die hängeseitbrücke fotografieren wenn du unterwegs bist und natürlich auch den wald die natur wurde gerade aufhältst oder eben idealerweise deinen hund oder dein kind deine freundin das ist egal in diesem fall habe ich jetzt mal pepper mitgebracht und ich würde ihn für dich jetzt fotografieren um zu zeigen wie ich das machen würde wenn du draußen unterwegs bist und sagst okay hängeseitbrücke die stimmung war nicht so gut sie hat noch geschlossen ich komme nicht richtig ran aber ich möchte draußen trotzdem noch ein zwei schöne porträts machen und das zeige ich dir jetzt und dabei habe ich auf jeden fall die canon r5 mit dem 105 mm das spielt jetzt erstmal weniger die rolle es geht eher darum etwas etwas im telebereich dabei zu haben also das 24 105 ging natürlich auch auf 150 mm herausgezoomt und dann geht es eigentlich nur darum eine gute idee zu entwickeln also wie fotografierst du und das möchte ich dir jetzt zeigen so ich setze also pepper hier ein bisschen auf den weg etwas mittig so sitz bleiben die leine lasse ich bewusst noch dran die werde ich dann mit photoshop im nachhinein wegstempeln sitz sitz pepper sitz zu bleiben so ich gehe etwas tiefer um eine schöne perspektive rein zu bekommen und werde jetzt auf jeden fall sehr bodennah fotografieren das heißt er schaut mich an im hintergrund den wald und das ganze natürlich im hochformat mit motiv erkennung auf augen autofokus wenn du das in der kamera hast und natürlich ja gut wenn er jetzt steht es ist auch ein schönes motiv das kann man auf jeden fall mitnehmen sit sit super gemacht so das war es schon also relativ kein hexenwerk kommt natürlich eher darauf an wie dein hund funktioniert wie du deinen hund im griff hast also wie du mit ihm trainiert hast auf kommandos zu reagieren auf auf die situation auch mit eingehen zu können wenn du ihn fotografieren möchtest im sinne von sitzkommando und auch das bleiben oder stehen kommando das muss alles funktionieren damit du deinen hund fotografieren kannst funktioniert das nicht würde ich dir empfehlen erst ein bisschen darauf hin zu trainieren oder eben zu zweit unterwegs zu sein so dass eine person die kommandos gibt und du fotografieren kannst oder filmen kannst so dass du dich auf das wesentliche konzentrierst was du mit deinem hund machen möchtest kommen wir also zum fazit wenn du eine hängeser brücke fotografieren möchtest achte vor allen dingen darauf dass du gutes wetter hast also sprich wenn du niederschlag hast dann möchtest mit nebel nur regen sieht halt auch so so semi gut aus wenn du einen sonnenaufgang hast achte darauf dass der sonnenaufgang von der seite kommt dass deine person auf die brücke stellen kannst und dass du die person dann mit einem teleobjektiv fotografieren kannst das geht mit dem 24 105 auch voll rausgesoomt und im weitwinkel bereich natürlich auch eine person hinstellen oder deinen hund aber dann eher darauf achten dass du möglichst viel ins bild bekommst im sinne von du zeigst auch die natur ringsherum beim teleobjektiv darauf achten dass das was im bild gezeigt wird auch wirklich das aussagt was du aussagen möchtest was machst du an so einem tag wie heute wo ich geplant habe das ganze zu fotografieren aber das wetter jetzt nicht so wirklich gut dazu passt und die brücke noch dazu geschlossen ist dann gehst du einfach raus in den wald fotografierst deinen hund fotografierst dein kind deine freundin dein partner wen auch immer oder hältst einfach ausschau nach wildtieren und hast ein vielleicht geeignetes objektiv dabei und machst dann vogelfotografie eichhörnchen fotografie habe ich vorhin auch zwei gesehen ziemlich putzig also es lohnt sich trotzdem rauszugehen selbst hinter einem morgen und einem tag jetzt nicht das motiv und das foto bekommst was du dir vorgestellt hast die augen aufzuhalten lohnt sich und bereit zu sein vielleicht ein tolles foto zu machen das lohnt sich meiner meinung nach viel viel mehr und vor allen dingen draußen zu sein und die natur zu genießen nimm dir genug zu essen und zu trinken mit plane zeit ein und genieße den morgen die beginn im wald und dann kann dir auf jeden fall schon mal der tag gut starten und du wirst auf jeden fall nicht bereuen das ganze trotzdem so angegangen zu haben ich hoffe das war ein bisschen interessant ich hoffe das hat dich ein bisschen unterhalten wenn die tipps dir geholfen haben das gerne einen daumen nach oben hier abonniere meinen kanal das hilft mir im algorithmus und dann würde ich sagen sehen wir zum nächsten video tschüss ja 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 Vielen Dank.